Hallo zusammen, Thomas hier. Heute geht es um Kaffee. Ich bin ja viel auf Reisen unterwegs. Zu Hause trinke ich Espresso, ich trinke Filterkaffee und auf Reisen trinke ich löslichen Kaffee. Da habe ich immer so die weltberühmte Marke mit dem N am Anfang mit dabei, bei der mir ganz gut schmeckt. Aber es gibt einen noch viel besseren löslichen Kaffee und den möchte ich euch heute vorstellen. Und dieser Kaffee ist der schwedische lösliche Kaffee, der heißt Gevalia. Solltet ihr mal in Schweden sein, probiert den aus und ihr werdet den nachher tütenweise mit nach Hause nehmen. Und abgesehen davon, dass es heute um Kaffee geht, geht es natürlich auch um Fotografie. Fotografie. Ich bin momentan endlich wieder mal in Lappland, insbesondere im Herbst. Und deswegen möchte ich euch heute die Fotoausrüstung vorstellen, mit der ich hier die geilsten Baumfotos machen werde. Und heute auch schon einige davon, so hoffe ich zumindest, gemacht habe. Und ich habe genau diese Fotoausrüstung benutzt und auch alle Objektive, mit Ausnahme des einen Objektivs, das jetzt auf der Kamera ist und das ich zum Film benutze, habe also alle anderen Objektive, die ich euch gleich vorstelle, benutzt, verwendet. Und weil mein letztes Video, wo ich euch so meine Kameraausrüstung vorgestellt habe, insbesondere zur Landschaftsfotografie, dachte ich, wäre es mal wieder an der Zeit. Denn bei mir hat sich ja insbesondere bei dem Fotografieren auf Reisen doch so einiges getan, was die Kameraausrüstung angeht. Und deswegen gucken wir uns die in aller Kürze an. Und meinen Kaffee stelle ich erstmal beiseite. Ich hoffe, der wird jetzt gleich nicht kalt während der Zeit. Und das geht auch gleich vergleichsweise schnell. Die Fotoausrüstung ist relativ übersichtlich. Zum einen, ich fange mal mit dem Objektiv an, was mich jetzt filmt. Das ist das Viltrox 13mm mit Anfangsblende 1.4. Das habe ich jetzt nur drauf, weil es das einzige Objektiv ist, das ich normalerweise jetzt hier über Tag nicht benutze. Das habe ich nur mitgenommen, falls wir Nordlichter fotografieren können. Solltet ihr euch wundern, Ende August, Anfang September Nordlichter fotografieren, ja, das ist in Schweden überhaupt kein Problem. Ich blende euch jetzt mal die aktuelle Nordlichtvorhersage hier für diese Region ein. Und da werdet ihr sehen, dass wir Ende der Woche, 3.4. September einen KP-Wert, das habe ich in der App noch nicht gesehen, von 6 haben. Da kannst du fast bei Tageslicht Nordlichter fotografieren. Ist ein bisschen übertrieben, aber es geht so in diese Richtung. Sollte sich das bewahrheiten, kann ich nur hoffen, dass wir zumindest an einem der beiden Tage, nachts, abends, wenn das Nordlichtblatt hier lang läuft, dass wir dann auf jeden Fall strahlungsklare Nacht haben, dass wir keine Wolken am Himmel haben. Das wäre ein Traum. Ein KP-Wert von 6. Da muss ja der ganze Himmel bombegrüß sein. Und ich hoffe auch, dass für unsere Reisegruppe, die nämlich am Samstag kommt, das wäre Samstag, Sonntag, dass wir für die dann eben auch die Nordlichter schon bereithalten können. Ich habe schon am 1. September hier in Lapland vor zwei Jahren tatsächlich Nordlichter fotografiert. Und das geht sehr, sehr gut. So, kommen wir zur Fotoausrüstung. Also einmal das Objektiv, was mich jetzt gerade filmt, das Wilddrucksobjektiv und natürlich die Kamera, die mich gerade filmt. Welche Kamera das ist, das werde ich noch nicht verraten. Dazu mache ich zeitnah ein ergänzendes Video. Da halte ich jetzt mal die Spannung ein bisschen hoch. So, und ansonsten bleiben wir bei der Kameraausrüstung. Ist das bei mir natürlich zum einen die von mir noch vor gar nicht allzu langer Zeit neu erworbene Fuji X-H2S, die ich einmal zum Filmen benutze. Und die habe ich heute auch schon eingesetzt zum Film während des Fotografierens. Ich habe euch nämlich heute schon ein Video gemacht, als ich nämlich unterwegs war, um einige der geilsten Bäume zu fotografieren. Die Fuji X-H2S und dazu dann die besagten drei Objektive, die ich heute alle drei zum Fotografieren von Bäumen verwendet habe. Und da haben wir zum einen das 10 auf 24 mm mit Anfangsblender 4.0. Das Fuji Objektiv, sehr, sehr schönes Landschaftsfotografie-Objektiv, gerade wenn es auch weit sein soll, weit sein muss. Und als freundliche Leihgabe, ne das kommt gleich, und ergänzend das 55 auf 200 mm mit variabler Anfangsblende beginnt bei 3,5 oder 3,8. Auch von Fuji, das Telezoom-Objektiv. Sehr preiswertes und wirklich knacker-scharfes Objektiv. Ich bin sehr froh, dass ich mir das gekauft habe. Es gibt natürlich noch das 70-300er, sogar ein 55-300er, das hat die gleiche Qualität. Aber ich habe jetzt das und da werde ich jetzt auch an der Stelle nicht mehr wechseln. Und jetzt kommt die Leihgabe. Fuji Deutschland war so ein freundlicher und hat mir ein Objektiv mitgegeben. Und zwar das, das muss ich jetzt hier nicht dran machen, die werbe ich mal da rein. Und zwar das, also mache ich den Deckel wieder drauf, das 16 auf 55er mit Anfangsblende 2,8. Ist ein ziemlich großes Objektiv, aber ich habe die Gelegenheit, das mal auszuprobieren, nochmal zu schauen, ob es da vielleicht auch Unterschiede gibt zu meinem 55, nee, 18 55er. Dieses schöne kleine, kompakte Objektiv. Auf jeden Fall, das habe ich auch dabei. Das sind genau die drei Objektive, mit denen ich jetzt hier in Lapland Landschaftsfotografie mache und wie gesagt heute auch schon Bäume fotografiert habe. Das war's, mehr brauche ich nicht. Das ist so mein Landschaftsfotografie-Brot- und Butter-Besteck. Und ich habe ganz selten Gelegenheiten, wo ich andere Brennweiten brauche, insbesondere im länger brennweitigen Bereich. Da fehlt mir von Fuji noch was, aber das brauche ich mir im Moment nicht. Das kommt dann vielleicht später mal. Und das war's schon an klassischer Fotoausrüstung. Natürlich gehören dazu Filter. Ich habe ND-Filter, variable ND-Filter, die ich aber nur bei Bedarf zum Filmen benutze und selbstverständlich einen Polfilter. Für die Landschaftsfotografie, insbesondere jetzt hier, wenn ich wirklich sehr viel Laubblätter in der Aufnahme habe oder wenn ich Wasseroberflächen fotografiere und ich die Spiegelung rausnehmen möchte. Wobei das nicht unbedingt immer gewünschenswert ist, aber wenn ich das gerne möchte, dann benutze ich den Polfilter. Wie immer von mir die Filter von Freewell, dieses magnetische System. Dann natürlich habe ich sowas immer dabei. Ich habe immer so ein Täschchen dabei, da sind meine Ersatzakkus drin. Denn auch über Tag, gerade wenn man viel fotografiert, dann kann es schon mal sein, dass so ein Akku seinen Geist aufgibt, dass er einfach platt ist und dann ist es gut, wenn man einen zum Wechseln dabei hat. Und machen wir mit zwei weiteren Kameras weiter. Und zwar habe ich dabei meine alte GoPro 6 und ich habe ergänzend dabei meine hauptsächlich verwendete Action Cam. Das ist die Osmo von DJI. Die habe ich aus dem Grunde dabei, weil wir nächste Woche mit der Reisegruppe machen wir eine Helitour in das Rapadalen-Gebiet. Das ist ein riesiges Flussdelta. Das ist unfassbar fotogen. Wenn man sowas noch nicht gesehen hat, also als ich das erste Mal im Winter da war, ich habe echt Tränen in den Augen gehabt. Das ist so unfassbar schön und so wahnsinnig fotogen. Und natürlich der Flug dahin ist natürlich gleichermaßen die Show. Und aus dem Helikopter diese traumhafte Landschaft, die in Lapland fotografieren, ist natürlich noch mal eine ganz andere Nummer. Und ich habe vor, an den Kufen von zwei der Helikopter, die uns dahin transportieren, die GoPro und die DJI Osmo Action dran zu machen, damit ich auch den Helikopterflug im Flug aus der freien Luft oder in der freien Luft mitfilmen kann. Beim letzten Mal habe ich dummerweise vergessen, die Kamera einzuschalten. Ich werde mich bemühen, das diesmal nicht zu vergessen. Und da habe ich natürlich dann auch die entsprechenden Akkus dabei. Ein bisschen Kleinkram. Da habe ich immer so eine Dose dabei. Da habe ich so mein ergänzendes Audio-Ersatzzubehör, noch ein weiteres Mikrofon, ein paar Puschel hier für das Mikrofon und sowas. Das habe ich da drin. Und am Ende habe ich hier natürlich dann noch den Audio-Recorder mit dem Mikrofon. Und was ich immer dabei habe, seitdem es die DJI Mini gibt, in dem Fall bei mir ist das die DJI Mini 2, um dann eben mal schnell, und das geht wirklich mal eben schnell, Drohnenaufnahmen machen zu können. Und für die habe ich auch, das ist ganz wichtig zum Film, auch ND-Filter. Keine Variablen, sondern aber unterschiedlicher Dichte. Denn hier kann man nicht allzu viel einstellen. Natürlich kann man die Blende variieren, aber beim Filmen natürlich nicht mehr die Belichtungszeit sinnvollerweise. Und das kann man dann sehr gut mit den Filtern ausgleichen. Und natürlich habe ich dann auch die Fernsteuerung für den DJI dabei. Und ich habe die Akkubox dabei, weil die ist auch gleichzeitig als Aufbewahrungsbox und als Ladebox geeignet. Und als Aufbewahrungsbox habe ich sie dabei. Und das war es. Ne, das war es noch nicht. Ich habe es vergessen. Auch das habe ich heute schon benutzt, weil da, wo ich die Bäume fotografiert habe, war das eine sehr wackelige Angelegenheit. Wenn man das Stativ so auf dem Moosbett abstellt, dann kennt ihr das möglicherweise. Dann ist das sehr bewegungs-, sehr vibrationsfreudig. Und da fasse ich auch die Kamera dann nicht an. Gerade bei längeren Belichtungszeiten. Da benutze ich unverändert den klassischen Drahtauslöser. Ganz wichtig, nichts mit Akku. Ich habe in meinen Workshops immer viele Leute, die haben dann irgendwelche High-End-Geräte, wo ein Akku drin ist. Und entweder fallen die dann irgendwann aus irgendwelchen Gründen aus. Oder der Akku ist natürlich gerade dann alle, wenn du das Ding benutzen willst. Deswegen benutze ich immer die. Die bekommen, glaube ich, eine Phantomspeisung. Die brauchen fast keinen Strom. Und dann holen sich das bisschen Strom über die Klinke und können dann einfach die Kamera auslösen. Die Dinger kosten um die 10 Euro. Und davon habe ich immer zwei mindestens dabei. Weil sowas geht auch schon mal schnell kaputt. Ist irgendwie billige China-Ware in dem Fall. Nicht alles aus China ist billig, aber das ist billige China-Ware. Und das ist nicht allzu haltbar. Aber das war es jetzt. Also ihr seht, mal abgesehen von dem Kaffee, ist das eine sehr übersichtliche Fotoausrüstung. Und mehr habe ich nicht mit. Und mehr brauche ich auch nicht. Und mehr brauche ich. Untertitelung des ZDF, 2020